Oh, Cloud! Schön, dich zu sehen. Wo ist Wedge? Zu Hause. Ah, das freut mich zu hören. Wir sollten alle gut schlafen. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ich sah den Plan schon scheitern, als Wedge meinte, er sei angeschossen worden. Vor Barret hätte ich das nie verantworten können. Schließlich sind wir ohne sein Wissen auf die Platte gegangen. Aber wir hatten auch nicht wirklich eine Wahl. Es ging schließlich um Jesse. Wix. Jesse bastelt jetzt vermutlich die Bomber. Ob sie die überhaupt rechtzeitig fertig kriegt? Vielleicht sollte ich ihr helfen gehen. Beruhig dich. Kehr die Straße, Mann. Tut mir leid. Aber ich habe da so ein mieses Gefühl. Sowas wie eine seltsame Vorahnung. Verstehst du? Oh, Goddammit. Am Regel Nummer 1. Hast recht. Gute Nacht. Dir auch. Vielen Dank für alles, Cloud. Die verstehen sich inzwischen echt gut, he? Schliebwell. Hashtags löpen. Äh, ja. Und jetzt renne ich komplett in die falsche Richtung. Ich merke es gerade. Dammit. Egal. Nochmal durch die Stadt. Wo ist Tifa? Open. Da stand es gerade. Und hier so. Gut. Der Brand hat sich beruhigt, wie es scheint. Die Gebietssperrungen machen alles verständlicher. Gut. Gucken wir doch mal, was hier geht. Geht da noch was? Es ist spät. Ich sollte mich schlafen legen. Ai, ai, ai. Na gut. Schade eigentlich. Ich wäre jetzt gerne nochmal vorbeigegangen. Aber daneben nicht. Ab in die Bett. Keiner mehr da. Sweet. Ah. Cloud. Es ist schon spät. Na gut. Daneben nicht. Bad. Oder? Hm, ja. Bis zum nächsten Tag. Schlafen. 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 Der Johnny. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Oh. Eine alte Freundin. Steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Hm, hm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Gut. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett. auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Cloud ist happy, wenn er heute nicht mehr zugelabert wird, glaube ich. Tiefer. 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 Stranger Fiescher. Was seid ihr? Was seid ihr? Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Oh, shit. Wow. Das sind echt viele. Und jetzt? Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Oh. Okay. Bereit? Immer. Schnell. So war. Ah. Wow. Anal. Sofort. Toll. Toll. Ganz klasse. Na gut. Wir probieren es trotzdem. Naja. Nicht wirklich. Dann. Komm. Anvisieren. Es geht nicht anders. Magie. Ja. Das bringt es nicht. Das bringt es nicht. Okay. Gib ihm. Ja. Geht doch. Und sie sind zu schnell. Für die andere Kampfhaltung. Komm ran. Und weg. Nächste. Ach. Wirklich tiefer. Danke. Wow. Schade, dass ich ihn nichts beschwören kann. Das wäre so cool. Noch eine. Komm. Cloud. Gib ihm. Gib ihm. Button Mashing. Yay. Komm. Ähm. Noch eine. Ich brech ab. Okay. Vieles ist nicht mehr da. Komm. Button Mashing. Yes. Die. Ah. Finally. Gut. Da lang. Die greifen aber nicht alle an. Ja. Ja. Oh. Nein. Ah. Sind wir bald durch? Die können uns eh nicht aufhalten. Ah. Da sind wir. Okay. Cool. Cool. Hey. Ah. Ah, unbekannte Kreaturen on mass. Und tschüss. Au. Nimm es. Eat it, bitch. Okay. Es wird immer schlimmer. Komm schon, rander. Mach kalt. Rückstück. So, nächste. Was tut es? Ja, echt ey. Ah, na gut. Daneben nicht. Dich analysieren wir doch erstmal, ne? Das kann nicht schaden. Nichts. Great. Erstmal die unbekannte Kreatur wegbäschen. Ah. Schwarzes Loch. Ah. Ich komm hier nicht mehr weg. Wow. Der hat gesessen. Und ran. Okay. Zeit für Heilung. Ne, Vitra. Was dann? Und ran. Komm, ran. Ah. Hey, geschockt. Au. Game over, man. Schicksalssturm. Unbekannte Kreatur. Das müsste die letzte sein. I hope so. F. Okay, so wie es aussieht. Spawnen immer wieder neu. Wir müssen da ran. Komm. Schockzustand incoming. Hoffentlich. Okay, tiefer. Scheiße. Tiefer. Fuck. Komm. Ab in den Schockzustand jetzt. Fuck. Nicht die unbekannte Kreatur. Das Ding. Ja, komm. Schock ist... ... Immer noch nicht geschockt. Yes. Und geschockt. Gebt ihm. Zack. Uh, das zieht. Wutangriff haut rein. Bam. Okay, hätt ich das mal früher gemacht. Aber ist okay. So geht's. Yes. Geht's noch, Jesse? Oh, nein. Oh, nein. Sie hauen ab. Okay. Jesse. Was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf. Da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Schimra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Ach. Sonst bin ich nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach, was. Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Oder auch nicht. Schatz. Wil tea. Ah. Okay. Bye.